Hallo und herzlich willkommen hier, zurück zu den Vögeln an meiner Seite ist der gute B.S. Royal, hallo! Hallo! Ja, Leute, heute ist Samstag, der 18.11., die PGC geht los und wir sind auch gleich dran, Gruppe B startet nachher, heute Abend, Central European Time. Und ja, der B.S. und ich machen jetzt hier die letzten Aufwärmrunden, da seid ihr live dabei, wir sind hier in Bangkok. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch schon. Die sind schon doch nicht so schlecht, die anderen. Ja, sind okay, also wir gucken gerade natürlich Gruppe A, da führt Tian, der chinesische Club, aber ja. Ja, das ist halt so, die haben auch einen Blick auf die Dinge, ne? Ja, ist so. Welche Maps spielen die gerade? Warte mal, was ist denn das? Bikendi. Bikendi. Ja, die waren, also ein Clan war auch in der Winery, die waren mir direkt sympathisch. Ja. So, was haben wir denn hier? Da gehen auf jeden Fall welche Tadmock runter. Zwei zu den Hallen. Es sind auch keine Bots, so wie die sich bewegen. Ich habe mir eben eine kurze Folge von Western angeguckt, wo wir ein Dinner geholt haben, können wir nicht senden. Ne, können wir nicht senden. Das würde euch verstören, Leute, weil das war zu gut. Alter, ich habe direkt eine Kalk und eine Mutant auf dem Steg. Ich habe auch eine Mutante, das ist erstmal. Das ist natürlich nice. Und direkt die Kalk mit einer Wange. Der wird schon geballert. Oder hier nicht. Das habe ich ja aufgenommen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Die Mutant kann ja auch die taktischen Scheiße dran machen, ne? Ja. Oder schwere. Hier wird direkt nebenan geballert. Ordentlich. So, gleich mal hin, weil der Loot ist jetzt okay, aber auch nicht großartig hier. Ja, ich komme sobald ich durch bin. So, ich bin eigentlich... Ich habe nur eine Mutant, also ich kann nur raufrotzen. Okay. Ja, ich habe eine Kark mit einem Dreiervisier zumindest. Aber auch nicht so viel Siebener-Muni. Siebener kann ich dir noch geben. Da habe ich hier von Maas. War nicht so geil. Nicht so ergiebig, aber natürlich nicht aus der Ruhe. Ring. So, ich komme. Ist auch okay. Und siehst du jemanden? Ja. Ab ein. Sah an BOT aus. Zumindest bei den einen Schuss down ist da noch einer in der Halle. Aber trotzdem ein nicer Schuss. Egal ob BOT oder nicht. Erster Schuss direkt. BAM. Headshot. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ob das an BOT ist oder nicht. Guter Schuss ist guter Schuss, ne? Ich gehe mal direkt darunter. Er ist ja schon. Wo ist denn der andere? Ah, der war direkt tot. Okay. Entsprechend weiß ich nicht, ob es einen anderen gibt. Hier sind zwei Crates. Das heißt, einer wurde von woanders abgeschossen. Strange. Hier ist noch massiv 7 Ammonie. Ja, ich habe... Ich sammle hier auch die 7 Ammonie ein hier. Hier ist eine Crate auf dem... Ja, ich weiß noch keinen BOT. Ich weiß gar nicht. Im 16 QBU. Hier ist noch eine Wange. Hast du schon, ne? Wange habe ich schon, ja. Hier ist eine SKS. Neh, ich. 17, 20, aber ne. Oder? Ne, ich nehme die Card. Die macht mehr Damage. War da ein Vierer? Lacken Vierer, ja. Ja, ja, Rucksack. Gehen wir noch nach K.O.? Ja, können wir machen. Ist wahrscheinlich schon vorhin eine Ace. Oh. Hier oben. Und eine SKS. Warum gehst du nicht da hoch, Alter? Ich hasse dich. Oder soll ich die SKS spielen? Ne, komm, ich spiele die SKS. Achso, Vierer habe ich liegen lassen, obwohl ich nur einen Dreier habe. Ist natürlich stark. Ja, ist gut. Vielleicht hat er seinen guten Freund und Kupferstecher gelassen. Bin ich. Bin ich. Ja, also wenn du noch ein Visier findest und Aufsätze und so ein Abscheid. Sag Bescheid. Bin da. Auch eine Kark. Störsender hier. Reinballern. Die spielen bei der P.E.C. viel AUG. Ja. Hier ist Vierer. Interessant. Vierer ist markiert, ne? Ja, danke. Jetzt. Ich gehe mal Richtung Kao. Ja, ich komme mit. Direkt. Da ist ja laut unserer Auffassungsgabe einer runtergegangen. Aber er ist ja auch schon tot. Oder nicht mehr da. Da. Zwei, ein Stück auch. Der eine ist im Wasser. Ja, ich hole den, der hier im Ort ist. Der eine ist tot. Wo ist denn der aus dem Wasser? Anderen habe ich. Headshot mit der Mutant. Oh, die Mutant ist so geil. Wahnsinn. Down. Nice. Na, Bots, denke ich. Ich denke auch. Ich denke auch. Du machst die Stege wahrscheinlich. Bin dabei, ja, ja. Hier ein paar Häuser. Nee, ach Mann. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen dämlich drauf. Geht doch jemand mit einer, hat geschossen oder nicht? Nee, das war die Zone. Das kann nach dem Schuss mit der, mit dem Schally. Okay. Ja doch, das habe ich noch gehört. Das ist nicht weit weg. Hat er auf uns geschossen? Weiß es nicht, glaube nicht. Aber es ist nicht weit weg auf jeden Fall. Ja. Schally brauche ich noch. Ja, ich auch. Aufsätze sind bei mir scheiße. Ich bin doch hier irgendwo. Ich habe noch Drinks. Und eine Arte? Ja. Schally, Schally habe ich jetzt. Ich will auch einen Schally. Hier ist noch ein Dreier-Huxer oder hast du? Habe ich. Ich habe noch einen Schally. Bring ich dir mit. Ja, ich komme zu dir. Ich brauche eh nichts mehr. Also ich bin ready. To go. Auch hier direkt. Also die rote Zone auch. Ja. Ja. Ja, 6er bräuchte ich noch. Ja, 6er war ganz geil. Aber wir können auch in die Zone. Gib mal den Schally. Wo bist du denn? Ach hier. Gott, habe ich mich erschreckt. Ja, zu haben wir gehört, als hätte er von da, wo wir hergekommen sind, geschossen. Aber da ist nichts. Ich dachte, ich habe es, ja, ich dachte auch Richtung Hallen irgendwas. Ach du Scheiße, wir müssen zurück. Ist das hier in den Augen? Ne. Basti, wir müssen, wir schwimmen. Ich wurde angeschossen. Von wo? Ich weiß nicht, von wo. Bist du in Sicherheit? Weiß es nicht. Ja, ich bin in Sicherheit. Ich brauche einen neuen Helm. Jetzt werde ich auch angeschossen. Ich weiß auch nicht, von wo. Ich bin aber hier safe. Ich bin da oben irgendwo. Da, geradeaus auf 75 läuft einer. In der Zone läuft er. Hinter dir quasi. Danke. Wo denn? Ist er in dieses Dorf, Richtung Dorf gelaufen? Wo hat er mich denn hier erschossen? Ich suche mir mal eben einen neuen Helm. Das sehe ich nicht. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Wir müssen halt los. Wir haben ein Problem. Wir müssen los, ja. Und ich brauche einen Helm. Irgendwo was. Einsatz zumindest. Besser als nichts. Oder hast du da bei dir einen Gefährt? Nein. Besser, blöde. Und ich bin auch nicht mehr. Besser. 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 Komm Zone, werd mal... Die ist hinten am Wasser, wir müssen schwimmen. Ich habe wieder Glück mit der Zone heute. Fängt ja schon wieder gut an. Das war zu spät los, aber gut, wenn da einer auf uns schießt, dann was wir zu machen. Ich komme noch ein bisschen weiter runter, also Richtung Wasser, also Meer. Da ist es ein bisschen nah an der Brücke und an allem dran, wenn wir da schwimmen. Ah, da wieder mit seinem Schally. Einmal hier noch, bevor wir schwimmen. Fortschritt. Einmal hier noch. Am jag sch so direkt weiter wenn hier wegen mir noch kurz am helm für dich gucken an den stegen aber sonst ja keine zeit Ich habe den Helm. Ich habe den Helm. Versuchen wir in den Compound zu kommen? Ja. Können wir machen. Oder direkt auf dem Berg hier oben. Das ist zu sehr am Rand. Das ist am Rand. Das lesen wir eigentlich ganz gut mit. Ich habe eine Signalpistole. Hier, hinten. Siehst du jemanden? Nee. Aber von da kam das Geräusch. Da sehe ich einen. Läuft da. War mich markiert. Läuft quasi rein in die Zone. Ein Baum ist er jetzt wahrscheinlich oder so. Wir sind auf jeden Fall noch in der Zone. Da in dem Haus ist einer drin. Markiert. Er läuft jetzt raus hier. Läuft wieder ins Haus rein. Wird da nichts getroffen. Jetzt muss er kommen. Jetzt kommt er. Hit. 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 Das kann nicht wahr sein. Ja. 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 Von oben quasi. Wir können aber nicht hingucken. Ich frage ob die ganz oben sind. Was? Wir können nicht hingucken. Geh du raus? Ich gehe eine Tode weiter einfach. Ich glaube da ist aber kein Fenster in die Richtung. Scheiße. Da ist irgendwas. Hier. Da. Ja hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nice. Direkt gestorben. Ja. Noch zwei außer uns. Wo sind sie? Ja. Vielleicht hier hinter oder halt in den Häusern. Da. Ich muss mich healen. Ich habe ihn einmal gehittet. Ich habe ihn auch noch mal gehittet. Ich sitze aber hinter dem Haus. Das ist nicht in der Zone. Das heißt er muss kommen. Hinter welchem Haus? Hast du markiert? Ja. Dahinter. Ich habe ihn. Ja. 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 Ich bin gleich down. Vergiss es. Oh. Ja. Da oben rennt er. Ja, ich kann gerade... Da. Yes. Nice. Junge. PGC kann kommen. Buh. Ah, PGC kann kommen. Junge, geil. Easy win. Sanok. Läuft. Ja, nice. Gucken wir uns noch die Stats an. Ah. Wo ist denn der eine? Also, da waren noch vier am Leben. Wo ist denn der andere gestorben? Hast du den gekillt? Einen hatte ich ja. Nice. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal bei den Vögeln. Wir sehen uns an der PGC. Auf dem Siegertreppchen ganz oben. Ciao.